Wir schreiben das Jahr 2020 und bei der Commerzbank hat ein neues Kapitel begonnen. Bettina Orlop hat das Ruder übernommen und ist die erste Frau an der Spitze einer deutschen Großbank. Ihre Ernennung markiert einen bedeutenden Moment in der traditionell männerdominierten Finanzwelt. Orlops Weg an die Spitze ist ein Beweis für ihren finanziellen Scharfsinn und ihr Engagement. Die Bekanntgabe stieß in der gesamten Finanzbranche auf breite Zustimmung. Mitarbeiter äußerten ihre Begeisterung in den sozialen Medien. Orlops Aufstieg dient angehenden weiblichen Führungskräften als Inspiration. Bettina Orlops Weg an die Spitze der Commerzbank begann in Solingen, bekannt für seine Stahlproduktion. Geboren 1970 zeigte Orlop früh einen scharfen Verstand und eine starke Arbeitsmoral. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und promovierte in Finanzwissenschaften. Nach ihrem Studium begann sie bei McKinsey & Company, wo sie strategisches Denken und Problemlösung verfeinerte. Im Jahr 2014 trat Orlop der Commerzbank bei und brachte einen reichen Erfahrungsschatz und ein tiefes Verständnis der Finanzlandschaft mit. Sie stieg schnell in den Reihen auf, übernahm Positionen mit zunehmender Verantwortung und stellte ihre Expertise im Finanzmanagement unter Beweis. Ihre profunden Kenntnisse der Finanzmärkte kombiniert mit ihrer strategischen Vision ermöglichten es ihr, die Performance der Bank spürbar zu beeinflussen. Orlop's Ernennung zum Finanzvorstand im Jahr 2017 markierte einen Wendepunkt in ihrer Karriere. In dieser Funktion spielte sie eine entscheidende Rolle dabei, die Bank durch eine Phase bedeutender Veränderungen zu steuern und die Herausforderungen einer sich rasant entwickelnden Finanzbranche zu meistern. Ihr Fokus auf Kostenmanagement, Effizienzsteigerungen und Digitalisierung trug dazu bei, die Finanzposition der Commerzbank zu stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Markt zu verbessern. Orlop's Amtszeit als CFO war geprägt von einer starken Betonung des Kostenmanagements. Ein Begriff, der ihren Ansatz von Finanzdisziplin und Effizienz widerspiegelt. Sie erkannte die Notwendigkeit, Abläufe zu straffen, unnötige Ausgaben zu reduzieren und die Ressourcenallokation zu optimieren, um die langfristige Zukunftsfähigkeit der Bank zu sichern. Ihre akribische Liebe zum Detail und ihre Fähigkeit, Verbesserungspotenziale zu identifizieren, brachten ihr den Respekt von Kollegen und Branchenkollegen gleichermaßen ein. Obwohl Kostenmanagement zum Synonym für Orlop's Führungsstil wurde, ging dies nie zu Lasten von Innovationen oder strategischen Investitionen. Sie verstand die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Kostendisziplin und der Notwendigkeit, in Wachstumschancen zu investieren, insbesondere in Bereichen wie Digital Banking und nachhaltige Finanzierungen. Mehr als nur Zahlen Die loyale Seele der Commerzbank Über ihren finanziellen Scharfsinn hinaus ist Orlop für ihr zugängliches Auftreten, ihren kooperativen Führungsstil und ihre aufrichtige Sorge um das Wohlergehen ihrer Kollegen bekannt. Sie wird oft als loyale Seele beschrieben, ein Beweis für ihr Engagement für die Commerzbank und ihre Mitarbeiter. Ihr Einsatz für ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld hat ihr die Bewunderung und den Respekt derer eingebracht, die mit ihr zusammenarbeiten. Orlop's Führungsstil ist geprägt von ihrer Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören, unterschiedliche Perspektiven zu schätzen und einen Konsens unter den Stakeholdern herzustellen. Sie glaubt daran, ihr Team zu befähigen, eine offene Kommunikation zu fördern und eine Kultur zu schaffen, in der sich jeder wertgeschätzt und respektiert fühlt. Abschnitt 6 Grenzen durchbrechen Eine Frau an der Spitze Orlop's Ernennung zur Vorstandsvorsitzenden ist ein Wendepunkt für Frauen im Finanzwesen, einer Branche, die in der Vergangenheit von Männern dominiert wurde. Ihr Aufstieg an die Spitze ist ein Beweis für ihr außergewöhnliches Talent, ihre harte Arbeit und ihre Entschlossenheit, sowie ein Spiegelbild der Fortschritte, die in den letzten Jahren bei der Förderung der Geschlechtervielfalt in Führungspositionen erzielt wurden. Orlop's Erfolg dient angehenden weiblichen Führungskräften als Inspiration und zeigt, dass die höchsten Ränge der Finanzwelt für diejenigen erreichbar sind, die das Talent, den Ehrgeiz und die Ausdauer haben, erfolgreich zu sein. Ihre Ernennung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer integrativeren und gerechteren Finanzbranche, in der Einzelpersonen nach ihren Leistungen und Beiträgen und nicht nach ihrem Geschlecht beurteilt werden. Abschnitt 7 Der Weg nach vorn, Herausforderungen und Chancen Mit der Übernahme der Führung der Commerzbank steht Orlop vor einer Reihe von Herausforderungen und Chancen. Die globale Bankenbranche befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, die durch technologische Fortschritte, sich wandelnde Kundenerwartungen und ein sich schnell veränderndes regulatorisches Umfeld angetrieben werden. Orlops strategische Vision und ihr tiefes Verständnis der Finanzdienstleistungsbranche werden entscheidend sein, um diese Herausforderungen zu meistern und den anhaltenden Erfolg der Commerzbank zu sichern. Eine der wichtigsten Prioritäten von Orlop wird es sein, die digitale Transformation der Commerzbank zu beschleunigen und sicherzustellen, dass die Bank gut aufgestellt ist, um die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden im digitalen Zeitalter zu erfüllen. Dazu gehören Investitionen in innovative Technologien, die Verbesserung der digitalen Kanäle und die Gewinnung von Top-IT-Talenten für die Bank. Abschnitt 8 Führen mit Zuversicht und Kooperation Orlops Führungsstil ist geprägt von einer Mischung aus Selbstvertrauen, Entschlossenheit und einem kooperativen Ansatz. Sie scheut sich nicht, in notwendigen Situationen schwierige Entscheidungen zu treffen, aber sie weiß auch, wie wichtig es ist, den Input anderer einzuholen. Unterschiedliche Perspektiven zu schätzen und einen Konsens zu erzielen. Ihre Fähigkeit, ihr Team zu inspirieren und zu motivieren, wird entscheidend sein, um die Commerzbank in einem sich schnell entwickelnden Markt voranzubringen. Orlop ist bekannt für ihre Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte klar und deutlich zu kommunizieren, was sie zu einer effektiven Führungskraft und Kommunikatorin macht. Sie setzt sich außerdem für Transparenz und offene Kommunikation ein, sowohl innerhalb der Bank als auch gegenüber externen Stakeholdern. Abschnitt 9 Bettina Orlop's Weg von Solingen an die Spitze der Commerzbank ist eine inspirierende Geschichte von harter Arbeit, Hingabe und dem Streben nach Exzellenz. Ihre Ernennung zur Vorstandsvorsitzenden ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte des deutschen Bankwesens, der gläserne Decken durchbricht und den Weg für mehr Vielfalt und Inklusion in der Finanzbranche ebnet. Zu Beginn dieses neuen Kapitels ihrer Karriere trägt Orlop die Hoffnungen und Erwartungen unzähliger Menschen mit sich, die in ihr ein Symbol des Fortschritts und einen Hoffnungsschimmer für eine gerechtere und integrativere Zukunft sehen. Ihr Vermächtnis wird nicht nur von ihrem finanziellen Scharfsinn und ihrer strategischen Vision geprägt sein, sondern auch von ihrem unerschütterlichen Engagement für ihre Werte, ihre Mitarbeiter und ihren Glauben an die Kraft der Zusammenarbeit, um gemeinsamen Erfolg zu erzielen.